hey und herzlich willkommen zurück zu let's play die sims 4 in der full house challenge und ich wollte richtig gekonnt mein energy aufmachen aber dieses metall ding von oben wollte nicht so wie auch immer so wir waren hier stehen geblieben bei unserem lieben claudio ich wollte ich wieder samuel nennen ich weiß nicht warum egal also wir waren zwar in der rotation bei ihm genau genommen aber wir waren hier im keller in unserem mega coolen ich finde es geil also ich habe hier ein richtig geiles ding hier gebaut ich muss mich gerade mal selber loben weil das sieht echt gut aus ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter bauen denke ich und ich habe ein bisschen zeit so gut dann erst mal den lieben move object sheet ist ganz wichtig sonst wird das hier nichts mehr so also ich bin nebenbei ein bisschen irritiert vom obs muss ich sagen ich habe gerade ein update gemacht und jetzt sieht der mixer der sieht komplett anders aus und ja da ist jetzt so mit bunt und lautstärke regelung und jetzt habe ich den energy aufgemacht und gar keinen schluck davon genommen so jetzt kann ich anfangen wir waren bis jetzt hier unten der party lounge und ich würde gerne dekorieren und hier wie noch so ein sofa oder sowas hinstellen dass man sich hier unten auch so ein bisschen hinfliezen kann und nochmal danke an sarah die hat mir das butler pack spendiert das butler pack sei schon das vintage glamour ding auf jeden fall gibt es da ein butler das ist jetzt für hier nicht relevant aber für die ein familienhaus challenge glaube ich wollte ich mir ein butler einstellen und nebenbei tut es mir schon mal leid wenn meine stimme wie ihr vielleicht gerade hört ein bisschen abkackt zwischendurch wo das wäre natürlich auch mega ne ich finde hier gefallen an den items ich glaube der passt hier aber besser hin aber gibt es bei denen überhaupt einen unterschied hohe lehne und plüsch retro die nette ach so der das ding da sieht anders aus ja wenn wir nehmen das und zwar auch gleich in schwarz sorry wegen meiner stimme aber es geht nicht anders okay ich sehe den tisch einzeln verschieben oder was schön neben dem dj pult so eine fette couch hinstellen so also das vintage glamour pack heimtückische bettstadt la luce der löwe la luce heißt doch das licht indiskrete trennwand sieht schon cool aus ne ich finde hier gerade voll gefallen die haben ja voll die guten vorhänge hier das wusste ich ja gar nicht das ist ein spiegel ja ne ey komm ich mach jetzt hier mal spiegel hin das sieht doch geil aus oder so jetzt haben wir unsere deko mit spiegeln verschwendet aber das ist kein problem wobei das hier nein wir lassen dass wir stellen jetzt diese dinge hier noch ein bisschen hier vor immer schon alles verscherbelt ne genau ich werde jetzt später dann noch ein bisschen die deko weiter einrichten also ein bisschen mit blümchen und sowas ja er steht in der sauna alles klar gut dann können wir auch schon weitermachen mit claudio der irgendwie mal ins bett muss anscheinend so ja ähm wo ist der schreibtisch hin okay ähm ja wir haben das was wir verkauft haben wohl doch nicht alles aus dem pack bekommen äh aus den berufen sondern aus dem zimmer von damien ups egal wir haben dem gamer sein computer geklaut ey wir werden ziemlich ähm stress mit dem bekommen wenn er das erstmal merkt aber egal wir haben glaube ich auch sonst nirgendwo äh computer rumstehen offen oder ich glaube nämlich nicht ich glaube nämlich nicht okay wir werden ihm sein computer auch wieder geben wenn er dann wieder dran ist wusste solange muss er leider ohne klarkommen mit dort singen erworben ach du scheiße ich höre ihn nur voll rumschreien oh mein gott sieht das gut aus oh ne ich sah so blöd dabei aus das lasse ich besser boah leute guckt euch mal an wie geil das hier ist guckt euch das an ich muss jetzt mal hier durch warte mal wir haben ja mit decke ne nein 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 ich wollte doch in den keller so hoch so diese dinger hier man ahnt nichts wenn man runter kommt dann hat man hier voll den geilen bereich ne also guckt euch mal an wie überaus geil das aussieht und hier steigen ja auch noch blasen hoch Leute ich habe mich selbst übertroffen im design das klingt zwar jetzt richtig nach eigenlob und eigenlob stinkt aber guckt es euch mal an oh gott ist das geil boah ist das super ey ey das will ich auch im keller haben ganz ehrlich schön okay wir widmen uns dem spiel wieder so wenn mein mausrad jetzt wieder ein bisschen funktioniert jetzt habe ich die maus von sarah wieder geholt und jetzt weiß ich gar nicht wo ich die hingelegt habe aber meine ist zum zocken halt noch ein bisschen geiler weil ich so schön ich bin so mit der eingespielt und so ne und jetzt wo wir die ganzen diablo-pushes machen brauche ich eine eingespielte maus was ist denn hier passiert sag mal habe ich was verpasst jetzt ist der teppich hier aber es ist nur in seinem zimmer irgendwie was passiert oder kann das sein der rest sieht hier normal aus er hat mal wieder hot dogs bei sich stehen die stinken aber ist ja alles normal okay ich glaube die blase hat hier nicht gehalten aber warum muss man das weg machen das stinkt ja nicht oder so nein lass einfach die pfütze vor mein bett liegen die polizei ist klärdicht auf den fersen und die brücke über den fluss ist wegen reparaturarbeiten geschlossen sie muss so eine 180 grad wende hinlegen und versuchen sich zwischen ihren verfolgern hindurch zu schlängeln oder wäre es vielleicht möglich mit vollgas über die brücke zu springen das letzte mal sind wir mit vollgas über die brücke gesprungen und das war nicht gut wir machen mal die 180 grad wende es ist immer gut in die arme der polizisten zu laufen so klär übersteuert beim wenden und das auto kracht in die seitliche begrenzung der brücke einer der streifenwagen verfehlt es um haaresbreite die bande kann gerade so entkommen aber das fluchtauto ist ein total schaden ja dann hätten wir lieber das auto ein bisschen kaputt gemacht als wir drüber gesprungen wären okay das merken wir uns mal so claudio wurde beim schlafen befördert das möchte ich auch gerne mal machen klassisches antik klavier oh wir haben ein klavier bekommen er hat zudem den folgenden bonus erhalten so wir haben ein klavier bekommen das heißt wir müssen ein klavierzimmer im keller errichten und victor läuft halbnackt durch die bude ganz normal so du wirst jetzt mal fleißig arbeiten das habe ich jetzt natürlich mal wieder vergessen so wem fehlt jetzt hier noch das luxusbett irgendeinem fehlte das noch hier ja bis wir da sind haben wir bestimmt wieder ein bisschen geld gemacht die leute verdienen ja hier gut da kann man sich das mal gönnen so langsam nimmt das haus auch echt form an hier wir könnten auch so ein bisschen mehr deko hier einrichten wobei ich bei fluren immer recht ja und kreativ bin ihr kennt mich und flure und gärten sind auch manchmal so eine sache hier haben wir ja schon angefangen das geht ja so langsam einfach den balkon mit drei staffeleine ausstatten ist ganz normal ich habe überlegt ob wir den garten erweitern dass wir den irgendwie hier noch hinziehen und vielleicht also einen pool haben wir jetzt ja im keller dann brauchen wir keinen gartenpool mehr wobei man auch beides machen könnte so ein outdoor sprudelbecken dings wäre auch nicht verkehrt wie sieht es denn hier aus den den flur hier unten den eingangsbereich den haben wir schon schön eingerichtet ich finde er ist auch gut geworden jetzt brauchen wir die noch in diesem unterschriebenen modus dann sieht das alles auch noch besser aus ich glaube das kriegen wir auch wir könnten hier mal so hochwertigere türen vielleicht einbauen ich meine die sehen ja so voll verranzt aus als ob man da ständig gegen gekommen ist mit einer machete aus versehen das passiert halt ne dass man ok ich hör auf zu reden ich lass es besser so willst du mich eigentlich verarschen du stehst hier halbnackt vor der blume und redest mit ihr anstatt dich mal darum zu kümmern weil alle schon wieder läuse haben ne ne ich schwing mir ein handtuch um und geh erstmal in den garten das macht man heutzutage so warte mal ich muss erstmal automatische lichter nochmal machen es ist einfach dreckig hier gut du räumst auf das ist sehr schön so ultimative haushalts AG wir haben natürlich die person abgekriegt die nicht in der ultimativen haushalts AG ist oh wir können mal gruppenvorteile kaufen für die einzelgänger wenn wir schon mal dabei sind wir haben hier schon den fauststoß wir können die gruppe mal erweitern dass wir dann auch den letzten reinholen können wer auch immer fehlt wir haben vier männer und drei frauen das heißt lilly fehlt lilly fehlt romantik bonus ne besser nicht so was kann man denn jetzt hier mal fördern wir haben gesagt grillen und computerspiele das heißt dass wir ein videospiel boost uns erstmal ergattern ja das sieht das sieht gut aus und dann starten wir doch mal die versammlung oder und dann starten wir doch mal die versammlung oder tanzen nein 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 so wir fügen erstmal lilly hinzu so jetzt ist lilly nämlich auch hier drin und wir müssen mit der anderen gruppe dann dafür sorgen dass claudio da noch reinkommt und dann läuft das wir könnten auch mal so eine fähigkeiten gruppe machen oder ist ja auch mal schlau dass die sims dann ihre fähigkeiten fördern so wie viele tanzen jetzt und gucken fernsehen gar keiner sie spielt bei sich computerspiele der rest schläft doch man könnte noch ein stockwerk einbauen das wäre eine idee ich weiß zwar nicht was wir da hinbauen aber wir könnten noch eins einbauen einfach so eine dachkammer ne so eine gerümpelkammer das wäre auch nicht schlecht so claire ist von der arbeit wieder da das ist schön wobei mir das haus so eigentlich schon echt gut gefällt aber so ein dachboden wäre schon nicht verkehrt das muss man sagen so der gute ist fertig dann darf er erstmal die toilette benutzen und nachdenklich duschen und dann darf er in der küche sachen machen oh die vorhänge die wehen ja im wind ist das schön was er macht einfach und er stand noch drin ich sag dazu mal nichts so mit diesem einen bad das ist einfach eine katastrophe ehrlich gesagt das ist echt eine herausforderung in dieser challenge aber mit diesen gruppen kann man echt gut steuern dass die vielleicht auch mal sachen machen die sie tun sollen so dann darfst du mal arme ritter servieren ich finde dass das eine gute idee ist so mittlerweile haben wir auch voll die premium porno küche so eingerichtet ich weiß noch zu den anfängen wo wir das haus hatten ne krass also folge 100 muss ich mal so ein vergleich machen das wäre mal die idee ich habe da schon coole ideen aber das wird glaube ich sehr aufwändig aber es wäre ein sehenswertes video glaube ich lilly muss dann zur arbeit das ist schön wie sieht es denn hier mit dir aus ja du hast zwei tage bis zur arbeit musst noch klavier gitarre und geige können ne nur gitarre oder klavier instrument spielen noch nicht begonnen gut er isst jetzt sowieso erstmal über kochen reden über neueste spiele reden was man halt so macht am frühstückstisch ne schwedische massage durchführen ok ne besser liegt sonst gehen die in den keller das will ich jetzt grad nicht über logik reden lilly hat die tanzfähigkeit erworben ok rein aufs interesse sie steht vor dem spiegel und tanzt ok gut zu wissen so dann lieber claudio ich werde dich jetzt mal instruieren dinge zu machen und zwar darfst du mit der gitarre üben und danach mit dem klavier üben weil wir nämlich gleich zu lucien wechseln müssen so sozial hat sich auch ein bisschen gesteigert während er hier so schön isst und frühstückt diese wg ist schon cool ne also ist schon interessant hier so dann werde ich die versammelt jetzt auch mal enden und wir steigern steigern uns zu lucien ist auch gut gesagt so warte mal so warte mal ich bin mal stark dafür dass er erstmal die ganzen früchte einsammelt ok wie sieht es denn überhaupt aus er muss erstmal aufstehen pinkeln wie ein stier nachdem er aufgewacht ist dann muss lily mal fleißig arbeiten gehen oh er ist unerprobt weil er ein genie ist oh mein gott da nimmst du am besten eine erfrischende dusche damit du da im garten auch schön ja so wir haben ja den sportraum und ich denke dass wir wir können die fitnessgruppe mal machen wo die sport yoga und sowas machen und dann werden wir im keller noch so einen richtigen fitness raum bauen vielleicht und hier machen wir so eine kleine bücherei draus das wäre eine idee also eine sportgruppe und dann die hobby gruppe wo man dann wenn wir jetzt diesen keller hier unten dass die zum beispiel das benutzen ja sowas halt er hat hunger aber wir haben ja hier das nette essen essen loben ja machen wir mal und dann nehmen wir uns ein gericht so ich habe ja mein energy noch ach sehr schön warte mal essen ach so arme ritter ist eingerichtet von essen begeistert hat da etwa jemand essen gesagt das ist einer von uns hier ist irgendwas kaputt so wir ersetzen das mal für 75 simulions und werden jetzt hier erstmal den part beenden und in der nächsten folge damit lucien weitermachen auf jeden fall vielen dank fürs zuschauen ihr könnt gerne was in die kommentare schreiben und dann erstmal schauend bis zum nächsten Part bis zum nächsten part Untertitelung. BR 2018